Er kommt seit zwei Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich? Ja. Pensez a lui toujours? Comment pourrais-je l'oublier? Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weg gehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten. Ich bin froh. Ich bin froh. Oh mein Schum, was soll ich mit dieser Chance nicht? Mein Vater ist ein frangiver Kind. Du musst ihn nicht beurteilen. Es ist nicht ich, mein Vater, Frau. Es ist Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz, noch mehr Tränen. Was finden Sie für diesen jungen Franzosen? Ich weiß nicht mehr.